Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Bruder ist verhaftet worden. Sie haben ihn auf Rikers Island eingebuchtet. Er könnte da drin drauf gehen. Moment mal, gerade kommt ein Kunde rein. Alles klar? Beschaffen Sie ihn nochmal zu den Riesen und Ihr Bruder kommt raus. Wo steckst du? An wie viel Kohle kommst du jetzt sofort? Na komm, Mann. Ach du Scheiße. Verarschst du mich? Für wen mache ich das wohl? Ich hole ihn noch heute da raus. Reiß dich zusammen. Sonst machst du alles nur schlimmer. Warst du schon mal im Knast? Ist dein Bruder okay? Ich möchte, dass Sie mit mir kommen. Es wird Ihnen gefallen. Der Ort, an dem wir jetzt sind, macht eine Menge Spaß, wenn Sie es zulassen. Sie werden eine gute Zeit haben.